Josef Pfennig Apollinischen ist die Sparsamkeit Wir legen Einen Cent Zurück und warten Ein paar tausend Jahre ab Und haben unglaublich Viel Euros Und natürlich bleibt es Wenn wir eine Apollinische Elite Sind nicht bei diesem einen Cent Sondern da werden noch Zigtausende von Cent Zukommen die wir da zulegen Und so wird das Ganze Dann auch etwas beschleunigt Und wenn wir es hinkriegen Unsere Kinder Gut zu erziehen Dass sie damit genauso Pfleglich umgehen wie wir Dann werden spätestens Irgendwelche Enkelgenerationen von uns Eine Wirtschaftselite In diesem Land bilden Der mathematische Beweis Dass es funktioniert Dass die Apollinische Elite Zu einer Wirtschaftsmacht Werden kann Ist ja schon Vollbracht